Diesmal möchten wir gerne ein paar schlichte Brillant-Anhänger mit Kettchen zeigen. Da haben wir als erstes dieses schöne Stück. Ein Anhänger, der mit Brillanten mit einem Gesamtgewicht von ca. 0,19 Karat besetzt ist. Farbe FG, also Top Wesselton, Reinheit SI-Kette und auch Anhänger sind auf 18 Karat Weißgold gearbeitet. Der Preis ist 645 Euro. Als nächstes einen Solitär-Anhänger. Kette und Anhänger sind in Platin gearbeitet, 950er Platin. Der Stein hat ein Gewicht von 0,44 Karat. Farbe Top Wesselton. Der Preis für Kette und Anhänger zusammen sind 2450 Euro. Und als drittes haben wir noch ein etwas aufwendigeres Stück. Kette und Anhänger aus Platin bzw. 18 Karat Rotgold. Der untere Stein wiegt 0,55 Karat. Die drei darüber liegenden Brillanten haben ein Gesamtgewicht von ca. 0,18 Karat. Der Preis ist hier 2380 Euro. Sie erreichen uns über unsere Webseite oder unter info-at-galerie-am-elisengarten.de oder ganz einfach per Telefon 0241 37675. Unser Team freut sich auf Ihre Rückäußerung. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017